Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Aachen und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 18. Februar. Heute haben wir dabei Tesla, Chrome, SpaceX, Jeff Bezos und Google. Beginnen tun wir mit Tesla. Keine Woche ohne Tesla-News, wir bleiben dabei. Und eher schlechte News diesmal, denn das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die laufenden Rodungsarbeiten für die Tesla Gigafactory nahe Berlin gestoppt. Damit entsprechen sie einem Antrag der Grünliga Brandenburg, die da Bedenken angemeldet haben, wegen der Nistungsaktionen von Tieren und generell wegen der Rodung. Und das wird jetzt geprüft und im schlechten Fall verzögert sich das alles um Monate. Und dann können dort entsprechend nicht die geplanten Model 3 und Model Y Autos von Tesla produziert werden. Wir halten euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Nächstes Thema, Google Chrome. Da ist jetzt geplant, eine Trennung zwischen lokalen und synchronisierten Passwörtern einzuführen. Und entsprechend kann dann der Nutzer selber festlegen, welche Passwörter synchronisiert werden über die unterschiedlichsten Geräte, wo man den Chrome verwendet, oder welche aber lokal auf einem Gerät verbleiben sollen. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, das Passwortmanagement von Google Chrome ist jetzt nicht unbedingt die Parade-Disziplin des Browsers. Aber auch da bleibt es auf jeden Fall spannend. Und wenn wir vorhin schon von Tesla geredet haben, das andere Projekt von Elon Musk ist ja SpaceX, wo es um Raumfahrt und Raketen geht. Und die Falcon-Raketen von SpaceX schicken dort regelmäßig diverse Satelliten in den Orbit. Das haben sie jetzt auch wieder gemacht, ein paar Starlink-Satelliten in den Orbit geschossen. Und das Interessante ist, die haben bei ihren Raketen den Booster, also den Antrieb, und nutzen den wieder, weil sie den entsprechend landen auf einem Boot. In der Theorie. In der Praxis ist das jetzt wieder schief gegangen. Das Ding ist eben nicht auf dem Boot gelandet, sondern direkt daneben. Aber ich denke, die machen da auf jeden Fall Fortschritte. Und es ist besser, als die Dinge einfach von vornherein zu verballern, wie es die NASA damals gemacht hat. Wir halten euch auch da wieder auf dem Laufenden. Jeff Bezos, der Amazon-CEO, hat jetzt bekannt gegeben, dass er 10 Milliarden US-Dollar in einen neuen Fonds stecken möchte, der zur Bekämpfung der Klimaänderung da ist. Und damit sollen Wissenschaftler, Aktivisten und NGOs gefördert werden. Ein böser Mensch könnte natürlich jetzt auch meinen. Jeff Bezos möchte da nochmal was Gutes tun, weil er ja selber mit Amazon als Firma eben nicht so großartig positiv für den Klimawandel ist. Auch hier. Wir schauen drauf und halten euch da auf dem Laufenden. Und letztes Thema für heute. Google endet sein Google Station Programm. Und ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was ist Google Station? Ich wusste es auch nicht, aber Google Station, und das macht auch Sinn, dass ihr es auch nicht wisst, genau wie ich, ist für die dritte Welt gedacht. Und damit wurde zum Beispiel in Indien an 400 Bahnhöfen freies Wi-Fi zur Verfügung gestellt. Google hat das zwischendrin auch versucht zu monetarisieren. Logischerweise mit Anzeigen hat nicht so geklappt. Und jetzt wird das Programm eingestellt. Neben Indien ist das auch zum Beispiel in Brasilien, Südafrika, Mexiko, Thailand und Vietnam aktiv. Ja, macht einfach anscheinend keinen Sinn mehr für Google. Zumindest in Indien wird deren Partner, Realtail, weiter wohl an den unterschiedlichen Bahnhöfen nun freies Wi-Fi den Indern zur Verfügung stellen. Das sind doch erstmal gute News für die indischen Kollegen. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.